Ich habe YouTube. Es ist lange her, um genau zu seinen sechs bis sieben Monate, dass ich mich überhaupt gemeldet habe. Das hat viele Gründe. Abonnentenzahl, die ja gigantisch groß ist, nicht kleiner geworden ist, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe jetzt letztens bei Instagram, wenn ihr mir bei Instagram nicht folgt, tut dies mit reinem Gewissen. Jakob Maxfit. Frage macht, ob ich ein kleines Video drehen soll und man sieht so im Hintergrund, über was es gehen soll. Es wird auch wieder was zum Thema Fitness kommen, Krafttraining. Ich bin gerade in der Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft, aber dafür, dazu in einem anderen Video. Es ist auch ein Gehen, dass ich mir ein paar Klamotten gekauft habe und generell Klamotten schon sehr, sehr lange ein großes Thema für mich sind und ich mich schon immer gerne mit Mode beschäftigt habe. Ich habe Bock dazu, weil ich gerade so ein bisschen auf so einem Hype bin, was Vintage-Sachen angeht. Also sprich, Sachen aus den 90ern, weil die Sachen meistens irgendwie auch qualitativ, finde ich, geiler sind. Und gerade ja auch so ein bisschen die Zeit ist, wo so die 90er, 2000er wiederkommen. Daher jetzt viel Spaß bei dem restlichen Video zum Fashion Pack Opening. Wir kommen zum ersten Artikel, den ich heute gegönnt habe. Hat nichts mit den 90er und 2000ern zu tun, obwohl dieser Dropdown-Shoulder-Schnitt, das heißt, dass die Schulter tiefer sitzt, ist in dem Fall dieser Hoodie hier. Ich finde halt, man sollte Klamotten schon sehr viel tragen. Dieses Fast-Fashion-Ding, H&M, C&A, Zara etc. Um die ganzen Namen zu droppen. Wahrscheinlich auch die großen Firmen. Ich finde halt das Ganze nicht so sinnvoll und ich finde halt, man sollte halt Sachen lange tragen. Deswegen finde ich diesen Vintage-Gedanken auch ganz sinnvoll. Gebe ich halt dafür dann mehr aus, erhoffe mir davon eine bessere Qualität und dadurch halt ein längeres Tragen. In dem Fall ist es ein Pullover von Sandro Paris. Diese Marke gibt es gerade im Alsterthaus. Also ein Kollege von mir hat mir das empfohlen. Und ich muss auch sagen, die Qualität ist sehr, sehr gut. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an. Das sagen zwar immer alle, aber ich würde es davon aufhängig machen. Sie hätten mir das auch erklärt, dass es ägyptische Baumwolle ist und die wohl sehr hochwertig sein soll. Die hochwertigste Baumwolle der Welt sein soll. Habt feuchte Träume in ägyptischer Baumwolle. Ich bin ja auch sehr freut, weil Sandro Paris gehört jetzt nicht zu den niedrigpreisigeren Klamotten. Also da kostet ein Pullover normalerweise 145 ungefähr. Ich habe es um die Hälfte reduziert bekommen für 72 Euro. Da kannst du auf jeden Fall nicht krähen und die Quali ist, glaube ich, echt ganz gut. Ich hoffe mal, dass der Pulli lange halten wird. Geisteskrank. Eine Regenjacke, eine Windjacke von Helly Hansen. Ich weiß nicht, die Leute, die in den 90ern geboren sind wie ich, Helly Hansen war auf jeden Fall schon immer groß. Auch vor allem diese Puffer-Jackets, die es davon gibt, also diese Down-Jacken. Habt ihr auch gerade Neuauflagen und der Schnitt kommt auch wieder. Diese No-Face-Jacke, die auch gerade alle tragen, gefühlt. Diese Down-Jacke ist halt auch genau in dem gleichen Schnitt. Das heißt, sehr cropped, also kurz geschnitten, aber sehr breit. So wie alles in den 90ern. Die Jacke habe ich jetzt von einer Freundin bekommen. Hat schon der Opa getragen. Hab zu einem sehr günstigen Preis geschossen. Feierlich übertrieben zu einer Hellen Jeans. Hat die letztens, auch gestern war es, glaube ich, am Sonntag dazu ein Bild gehabt, beziehungsweise eine Story drin, wo man das sehen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch wahrscheinlich wird, es nicht mehr zu sehen sein. Aber feierlich übertrieben mit einer schönen 501 Jeans, wenn die einem passt. Das ist ja bei mir auch immer so ein bisschen der Struggle. Aber es gibt die ja jetzt mit Elastan. Die hat so viel Information, ich labere so viel rum. Egal, auf jeden Fall feier ich die Jacke. Eine Champion-Hose. Einfach nur vorne eine Champion drauf. Ich mag das immer nicht so gerne, wenn das plafinativ ist. Deswegen nur so dezent. Und das ist auch eine Hose aus einem Secondhand-Store. Da musste ich sogar noch das Gummi wechseln von der Hose, weil die ein bisschen zu locker geworden ist. Mein Hype. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich schon immer Kid Cudi gefeiert habe. Ich weiß nicht, ob ihr Kid Cudi kennt. Das ist ein Rapper aus Amerika, der auch ziemlich viel die neue Generation von Rappern beeinflusst hat. Also heißt Travis Scott. Deswegen ist Scott Mascardi. Deswegen heißt er auch so. Und ja, der hat auch immer Band-Shirts getragen. Und das war so der Anfang von meiner Fashion-Zeit, wo ich mich so dafür interessiert habe. So mit 16, 17, 18 war der halt so groß. Und ich habe den übertrieben gefeiert. Und der hat halt immer Pink Floyd-Shirts an. Und Pink Floyd ist halt eine geile Band. Da kann man sich auch streiten, ob ich mir jetzt Band-T-Shirts kaufen sollte, wenn ich jetzt nicht der geistkranke Fan bin. Aber ich feiere diese T-Shirts aus den 90ern halt einfach. Das Shirt, mein Shirt ist leider ein bisschen zu klein geworden. Deswegen konnte ich das nicht mehr tragen. Dann habe ich mir ein neues geholt. Aber auch Secondhand, um einfach so ein bisschen nachhaltiger nachzudenken. Klar, es gibt bei H&M noch gerade welche und C&A. Aber es geht ja so ein bisschen um den Charme, finde ich. Dass man auch T-Shirts aus der Zeit nimmt. Und meistens haben die Sachen aus den 90ern einfach auch tatsächlich eine bessere Qualität als heutzutage. Was ich ja schon mal am Anfang des Videos erwähnt habe. Zunächst habe ich noch ein krasses T-Shirt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hinten ist auch noch was drauf. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Brock Lesnar. Das Ding habe ich halt auch früher extrem gefeiert. So als Kind und als Jugendlicher irgendwie. Vielleicht kommt auch daher die Relation und das Interesse an Muskeln. Dass ich halt auch schon immer Muskeln haben wollte. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran. Macht natürlich Sinn. Auch so diese Action-Man und T-Man-Figuren, die es so gab, habe ich halt immer übertrieben gefeiert. Vielleicht finde ich deswegen Muskeln auch nice. Und finde ich gehört auch irgendwie dazu. Und ja, deswegen habe ich mir davon eins geholt. Und noch ein Ultimatives. Das habe ich jetzt letztens gesehen bei Iron Man Outfitters. Es scheint aber auch wieder daran, dass es Vintage ist. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Rest in Peace auf jeden Fall. Das ist der Ultimate Warrior. Das ist sogar schon noch vor meiner Zeit. Das war so zu der Halkogen-Zeit. Der größte Konkurrent. Habe ich aber halt auch übertrieben geguckt. So und fand es auch extrem cool. Ja, ich nicht vorbeigehen. Gerade weil ich so auf diesem Trip bin, dass ich mir so Racing Vintage-Shirts kaufen wollte. Und dann habe ich letztendlich noch ein Teil. Was heute angekommen ist, was ich mir jetzt auch bei Ebay Kleinanzeigen gekauft habe, auch zu einem sehr günstigen Preis auch gebraucht. Weil ich finde, warum sollte man nicht, also wenn man schon irgendwie konsumieren möchte, warum sollte das nicht auch preisgünstig gehen? Und warum muss es immer High-End Fashion sein? Ich finde halt diese ganze Bewegung, dass alles irgendwie Balenciaga, Vetements, Prada, Dior sein muss, finde ich halt Blödsinn. Ist halt einfach auch nicht meine Preiskategorie, muss ich sagen. Gerade als Student. Ich finde halt irgendwie auch seine Möglichkeiten, das Beste zu machen, finde ich halt schon immer sinnvoll. Und das ist halt auch mein Anliegen. Beziehungsweise meine Ideen. Ja, das war jetzt mein Video zum Thema Fashion. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt, ob ihr da Interesse habt. Ich habe ja auch relativ viel Infos dazu preisgegeben. Ich könnte auch Fitpics zeigen. Also wenn ich die Sachen trage, wie ich die trage. Gebt mir mal ein bisschen Feedback. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich versuche, die typische Schwerglocke, dass ich da jetzt auch ein Video zu bringen. Aber auch nicht nur zu Thema Fashion, sondern das nächste Video wird wahrscheinlich sein zu meiner deutschen Meisterschaft. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace.